Wissen Sie, was Ihr Nachbar in seiner Freizeit macht? Deutschlands lustigste Home-Videos zeigt es Ihnen. Er ist leidenschaftlicher Sportler, begeistert der Tierfreunds und genießt ein harmonisches Familienleben. Die schrägsten Pfannen, die schönsten Missgeschichte, wir haben sie alle. Sonja Kraus präsentiert Deutschlands lustigste Home-Videos. Morgen um 20.15 Uhr bei Kabel 1. Untertitelung des ZDF für funk, 2017